Hallo und herzlich willkommen, liebe Minecraft-Techit-Klassik-Freunde. Together vielleicht auch noch. Wieder da. Er hat's geschafft. Wir sind hier. Ich wurde angestupst. Äh. Ach so, okay. Ja, Moment, wir sehen uns noch in einem kurzen Cut wieder. Hallo und herzlich willkommen, liebe Minecraft-Techit-Klassik-Together-Freunde. Wir sind wieder zurück hier, eben nach diesem kurzen Cut mit dem Amirso alias Kenny und dem guten Chrissy. Er hat sich jetzt zu uns eingefunden mit ein bisschen Verspätung. Er wollte schon vor gut 20 Minuten da sein, oder sollte, oder, keine Ahnung, aber so hat man Zeit, ohne ihm die Mine auszubeuten. Ihr könnt jetzt loslegen, Jungs, so wie wir es eben gemacht haben. Hey, weißt du was, bei mir hat alles irgendwie, ja, und du bist weg, so gut wie, stand. Oh, schau, schau, schau. Da kann ja das Projekt, da kann ja das Projekt gehen, da kann ja das, ja, genau. Oh, nee. Ah, gut, machen wir so. Also, was ist denn das für ein Anfang? Ein guter Anfang. Bei mir ist es nicht genau so die ganze Zeit. Ja, er fliegt auch die ganze Zeit raus. Wir haben auch noch einen Projektteilnehmer, der mitnehmen möchte, mit teilnehmen möchte, so, aber nicht kann, weil er irgendwie nicht auf den Server kommt. Da sagt die Mannschaft immer, nee, danke, und, ja, so ungefähr. Das ist ein bisschen schön, aber, ja, wir können da ja leider nichts dran ändern. Da kann man nur rumprobieren, gucken, ob man es hinkriegt, repariert kriegt, warum das nicht funktioniert, aber, ja. Alter, wie viel Redstone hier ist? Beutet hier gerade weiter aus, außer Kelly? Hast du gerade Redstone gesagt? Redstone, ja. Achso, nee, das klang gerade so superdeutsch und ich hasse es, wenn Leute Englisches so deutsch aussprechen. Redstone. Das klingt so schrecklich. Redstone, zum Beispiel. Oh, Gott. Oh, das klingt ja wenigstens noch ein bisschen. Wo habe ich denn hier jetzt? Geschmacksache. Kenny, wo bleibst denn du jetzt? Und von wegen, ich merke es mir nicht mehr. Ich sehe nur den guten Chrissy, das hinten rumrennen. Und du äußerst dich hier nicht mal. Du bewunderst mich bestimmt schon den ganzen Tag, oder? Ja, ich bewundere deine Auslog-Einlog-Rate. Sag nichts, falls es ist. Ja. Ja, egal, 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 was ich jetzt gedacht habe. Ach, nein, nichts, nichts, nichts. Nein, 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 nein. Ach, Mann. Zum Glück haben wir keine Frau im Projekt, sonst hättest du den jetzt nicht bringen können. Ah. Oh, Gott, da steht so ein Regenbogen. Ich bin allergisch gegen Regenbogen. Schlagt ihn. Das wird mir echt leid, aber wirklich, ich muss bei diesem skinnernen, kotzenden Regenbogen denken. Was? Wie kommt man denn? Ach, Gott, egal, egal. Ich will es gar nicht wissen. Du weißt ganz genau, wie ich auf so eine Scheiße komme. Ah, das sind meine Ressourcen, meine Ressourcen. Na gut, ich gehe. Ich gehe, du bleibst unten. Oh, ich glaube, ich komme da. Nein, nein, nein. Ich glaube, ich zuzubauen, Mann. Also, du weißt, mein... Mann, oh. Oh, ja, vor der Aufnahme noch so gesagt. Mach ja keinen Scheiß, sonst fliegst du auch da auf. Scheiß, mit dem Ding da. Das weißt du aber. Ich hole mir jetzt mal die Wasserquelle da oben. Da kommt man zwar nicht mehr nach oben, aber ist mir jetzt egal. Ach, egal. Ach, egal. Ich hole mir jetzt einfach die DIAs! Die DIAs! Wow. Nochmal hinter mich gucken, ob da auch wirklich kein Regenbogen steht, der schon darauf wappelt, mich in die Lava zu schubsen. Alter, mit diesem Sting-Safire ist nicht komplett noch... Groben Säcke! Alter, Junge, das Ding ist fast in die Lava geflogen. Du hast echt keine... Ah, da kommt er ja wieder. Und in Zukunft lässt du bitte mir, was ich entdeckt habe hier in der Zeit, Rafa. Sonst klau ich euch... Egal. Ha, dafür hast du den Redstone übersehen. Redstone ist gut, ich mag Redstone. Hä? Achso. Ich geh mal wieder da hoch, wo ich eben war. Chrissi, du kannst ihm ja mal zeigen, wo dein Revier ist. Mein Revier findet man eh nicht, daher. Ich bin nicht selber gar nicht da wieder. Ja, genau. Das weißt sogar ich noch, wo du warst, von. Wieso baue ich Gold ab? Das ist einfach schon leer, deswegen. Ich finde da nichts mehr. Oh, winde. Was? Deswegen so ich gerade ein neues. Kenny, was sagst du? Das war sehr gut verständlich, wegen Audioqualität und so. Och, egal. Ich höre hier drüben. Hier drüben. Ach, hier oben geht es noch weiter. Das finde ich gut. Sehr gut. Sehr, sehr... Oh Gott, hier ist Finster. Hier ist Finster. Ich habe Angst im Dunkeln, Papi. Kann mal jemand von euch vielleicht mit zu mir hochkommen, weil hier ist so viel, das kriege ich nicht alleine ausgebeutet. Ich bin gerade... Oh, Enderman. Warte, ich war gerade an dir vorbeigegangen. Ja, ja, komm einfach mal diesen Abzweig hier hoch. Achtung, wenn du in die Richtung gehst, links ist ein Enderman. Also geh mal in die Richtung, bitte. Ah, jetzt ist er hier. Jetzt ist er hier. Komm mal bitte zu mir, da können wir den mal gemeinsam bekämpfen. Wo bist denn du? Komm mal her. Ich greife den mal an. Da helfe ich den kleinen Ruhe oben. Leute, wir können uns jetzt einfach hier alles ausbauen und dann uns Waffen machen, oder? Wir machen uns keine... Vorher ist keine Waffen, wir machen Maschinen. Wir müssen ja erstmal wenigstens... ...was bauen, mit dem wir schnell an Ressourcen kommen. Gibt es hier ein Ziel? Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Ein Ziel, eine Atombombe zu bauen? Keine Ahnung, nein. Ja, eine Atombombe, wir wollen eine Atombombe bauen. Das wäre doch ein geiler Abschluss für das Projekt, oder? Wieso habe ich das gesagt? Ey, Leute, eine Atombombe. Das Ding? Wir tun am Ende, wenn wir es schön gebaut haben, zerlegen wir die ganze Welt mit einer Atombombe. Ich benenne dieses Projekt in Let's Beep pazifistisch um, damit ihr beiden euren Spaß nicht mehr habt. Was? Let's Beep? Ich schaffe dich. Oh Gott, wie das hier laggt. Ah, jetzt gehen meine FPS wieder hoch. Ich frage mich gerade. Meine Grafikkarte ist zu... Ja, bei mir lag das auch ziemlich stark. Meine Grafikkarte ist zu 40% ausgelastet und ich renne hier mit 40 FPS rum. Wieso? Wieso kann die sich nicht zu 80% auslassen und mich hier mit 120 FPS rumrennen lassen? Ich habe 273. Ich habe die Grafikkarte auch hochgestellt und ich nehme auf. Auch richtig wild, ich war eigentlich auch. Ich fasse jedes Wort von euch. Nicht. Ich bin echt. Ich bin echt. Und trotzdem brauche ich eine halbe Minute, bis ich sie gefunden habe. Bis sie ausgewählt hat. Ach, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Ich mag Kohle. Was? Falsche Antwort. Das wird ausgepiept. Junge. Super, jetzt darf ich das auspiepen. Weißt du, wie viel Arbeit das ist? Ich kann noch viel mehr sagen, dass da was leben muss. Ja, ganz toll. Oh, Leute, ich... Was mache ich denn jetzt so? Geh hoch, okay? Diese Lags machen mich ein bisschen fertig an in manchen Stellen. Und was willst du oben machen? Sterben? Wäre eine Möglichkeit, ne? Macht bestimmt Spaß. Ich kann mir dann keine andere Dinge vorstellen, die er da oben machen will. Ja, keine guten. Keine leckeren und keine guten. Hm, was ist denn das? Was ist was? Ich verstehe dich sehr gut. Ran erst. Alter, ich will grad fassen. Hab ich schon mal einen Uran? Haben wir da was hübsches drauf? Ich hab drei Uran oder so. Ah, kriegst nicht viel Spaß beim rausbauen. Alter, wieso zur Hölle fahre ich dir die ganze Zeit fast runter? Was? Viel Spaß beim rausbauen. Alter. Alter. Ja, denn, weil ich... Alter. Nein, Gott. Nimmst du mich verarschen? Ja. Ich hasse dich. Hast du keine Spitzhacken mehr? Hast du keine Spitzhacken mehr? Hast du keine Spitzhacken mehr? Nein. Echt nicht? Ich hab keinen Plan, wo ich hier reingekommen bin. Oh, da hast'n Creepy. Der, da wo der, ähm, wo der Ding Stone ist, der... Cobblestone. Na, den find's grad nicht. Wat? Der ist so offensichtlich, wie... Keine Ahnung, was da war. Folgt doch einfach meinem Namen, meine Fresse. Ich hab doch offensichtlich, wie ich schon wieder weg bin. Ich halts nicht aus. Ich halts einfach nicht aus. Schlägt da grad jemand seinen Kopf auf den Tisch? Nein, nein. Nein, ich schnack nicht meinen Kopf auf den Tisch. Nein, ich bin ruhig. Ich bin die Ruhe selbst. Also, ich würd mich nicht wundern, wenn's gleich... ganz laut scheppert und plötzlich die Verbindung zu ihm verloren gegangen ist. So was in der ähnliche... So was in der Art wie, äh, Laptop weggeworfen und, äh, Stromverbindung gekappt und Laptop kaputt oder so. Ne, ich glaube, so ne Art Wutanfall kommt davor. Ach, eine Art Wutanfall auch noch. Oh, was ganz spezielles. Hallo, ich hab den Ausgang gebuddelt. Ja, den kannst du jetzt auch noch nie mal verfehlen, hä? Ach doch. Alter, ich... Das hab ich nicht gesehen. Ich hab diesen Kopf doch nicht gesehen. Ich hätt jetzt gelacht, wenn du gesagt hättest, hä, wo ist der Ausgang? Wo ist der Ausgang? Ich steh so im Aus... Ich steh im Ausgang, winke da, Halle, Halle! Und der findet's trotzdem nett. Ich hör Haufen Zombies und hab Angst vor Zombies. Ich find extrem witzig. Von der Lage, wie ich jetzt mich bei Minecraft benehme, kann man sich, glaub ich, erschließen, wie's laufen wird, wenn ich ab nächstes Jahr mit meinem Kanal anfange. Das wird sehr witzig. Das kann ich euch vorher sagen. Was sagtest du? Du warst gerade wieder weg. Flipp weg, Bahra! Meine Fresse, ey, wir haben... Wie viel Kohle habt ihr? Ich hab, glaub ich, gleich zwei Stacks oder so. Ja, fast zwei Stacks. Das reicht für... Ah, ich hab die Treppe! Ich hab die Treppe, ey! Ich hab die Treppe! Leute, bist du... Treppe? Jetzt kann ich wieder nach oben? Die Treppe! Die Treppe in die Hölle? Ja, die Treppe in... Achso, ich dachte, du bist am Abstieg. Wo geht's denn hier hin? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Ja, das frag ich mich auch gerade. Ach, hier... Ach, hier bin ich! Aha, alles füllt zusammen. Ich bin ja in so'n... Hm. Schnauze! Wieso baue ich Lapis ab? Das macht nur meine Spitzhacke kaputt, oder? Denkt ihr auch, dass Lapis die Spitzhacke kaputt macht? Weil es so unnütz ist wie... Ich baue mir... Ich baue mir jetzt ne Muskete. Ah... Du bist gestorben? Schnauze! Du bist erschossen worden, Ländchen. Äh, ich steh auch noch direkt hinter dem Skelett und fang gerade an, das zu verprügeln, aber... Gott, hä? Wie viele Leben hattest du? Was hast du gemacht? Kopf auf Tastatur? Noch größerer Wutanfall? Ist sowas in der Art? Alter, ich sag dir, du müsstest bei mir ne Todesliste einführen, oder wie oft ich von diesem Scheiß-Surfer geflogen bin. Du wirst mir nicht glauben, aber damit hab ich angefangen. Und ich bin schon jetzt überfordert damit, das alles aufzuschreiben. Ah, mir fehlt immer noch... Oh, das ist gar keins. Das war gar kein... Dingens da. Dingensbumens da, ihr wisst schon. Das ist irgendwas anderes. Du bist wieder da? Ich hab' dich gar nicht schön gesehen. Entweder ich bin blind, oder... Mach's ernsthaft? Ich hasse dich! Was? Alles gut, alles gut, beruhig dich. Kannst du dich überall, ey, ganz zu lernen. Ich mach mir jetzt schon Freunde. Aber mit dir kann man's ja machen. Ja, ja, ja. Achtung, Achtung, Spinne, warte hier, die Spinne, die wird sich töten. Ey, geh doch auf ihn los! Erstes, erstes, äh... Ach nee, meine Fresse. Ich nehm' Moskite. Ich nehm' Moskite. Ach, du sollst hier keine Waffen bauen, Junge. Ach, so... Ach, so... Wir wollen... Wir brauchen das ganze Zeug erstmal für Maschinen, vor allem Eisen. Weißt du, wie viel Eisen das alles kostet? Woah! Fuck! Ja, und was? Äh, was macht man mit diesen tollen Maschinen? Alter Junge! Jetzt darf ich das schon wieder auspiepen. Ich nenn' dich auch bei deinem Spitznamen, soll ich damit aufhören? Oh, du meinst, ich... Oh, du... Ich soll deinen Namen nicht sagen, oder was? Tja, nein, das ist ne öffentliche Aufnahme. Wenn jeder so mit seinen privaten Informationen umgehen würde wie du, da würde nicht nur das Internet schon voll sein, das... Ach, nein. Dann wär auch die NSA überfordert. Ne, das nicht, sie hätt' einfach mehr Mitarbeiter, die bezahlt würden. Du würdest quasi Arbeit schaffen, aber irgendwie... Ja! Hab' ich das Gefühl, dass ich das gar nicht will, dass du sowas machst. Ach, ich mach' ein bisschen. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nach deinem Format sind nämlich gar nicht so mein Fall. Selbst wenn ich der Arbeitslose wäre. Bin? Wir sind hier einem kleinen Päuschen angekommen und wir werden uns dann auch bald mal wieder über die Erde begeben, denn... Hier ist einiges, was... Ja, ich bin schon vorbei. Aber hier sind keine Dias mehr. Ach man, hier ist so viel Zeug noch, hä? 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 Wir sind hier drin, Leute. Nee, kennt ihr's? Leute, ist hier irgendwo... Was? Yeah! Wir sind hier los. Das, das war eindeutig der Kopf. Das war eindeutig der Kopf. Ein Trinkspiel. Ein was? Ein Trinkspiel? Ein Trinkspiel? Ja, mein... Das hört sich nicht so gesund an... Der Erneutigste ist auch noch schnell. Ich bleib' jetzt stumm. Ich hab' keinen Bock mehr. Ach, das hört sich nicht so gesund an! Ja, also dafür, dass du stumm bist, bist du aber ganz schön laut. Ach, Mann. Acheu! Mann, ich hab'... Ist ja, ja. Für euch zu hören, war nur, ebt euch! das ist eigentlich echt nicht meine art habe ich schon mal alter falter hier sind einfach nur so viele rohstoffe hier muss man sich echt später noch mal hin bauen dass das kriegen wir jetzt alles gar nicht ich finde es extrem witzig ich versuche die ganze zeit erst mal wieder aus dieser herauszukommen ich bin so ein opfer ganz im ernst wieso bin ich level 2 ja so weil ich gestorben bin aha ja geilo von wo kam der creeper also wer also wie er bei mir ist einer explodiert ach so okay ich habe schon gedacht ich bin zu schlau mich von dem typ erwischen zu lassen ja das stimmt und ich sage ich habe vor fünf minuten gesagt wir machen ein päuschen und äh ja 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 wir sind von beide drauf gegangen du brauchst ich bin da eigentlich gar nicht drauf ein wir sehen uns dann im nächsten part